Und wie sollen wir ihn nennen? Ich würde ihn Jim nennen. Lummerland ist vielleicht klein, aber es hat dieselben Probleme wie überall sonst. Wir müssen Emma abschaffen. Niemals! Wir fahren weg. Und ich komme mit! Das könnte gefährlich werden. Das macht nichts. Ich passe schon auf dich auf. Halt dich zu fest! Das muss Mandala sein. Wir sind zwei ausländische Lokomotivführer und würden gerne den Kaiser sprechen. Folgt mir! Was meinst du, Jim? Schauen wir ihm folgen? Wo er uns so nett gefragt hat, klar. Prinzessin Lisi. Ich wurde von der Weden 13 entführt. Jemand muss doch die Prinzessin retten. Tim, halt dich fest! Lauf, Lukas! Ich will euch nichts tun! Ich heiße Turtur. Ich bin ein Scheinriese. Was bringst du uns da? Ein hundertjähriger Eier auf Salat aus Eischhörnchenohren. Richtiger Drache muss ganz schrecklich und fürchterlich sein. Ungefähr so! Aufhören! Du machst einem ja Angst. Echt? Bärbischo! Ich bin Jim Knopf. Und ich bin dir, um Prinzessin Lisi zu retten. Einnachstil... Ich bin ich. cet Kron-cji und persönliche Sprengstiga sind ehem freelance.